Hallo, ich bin Papis Bad, Trainer auf dem Studio 2 My Place Move. Ich bin gerade in Europa, auf dem Senegal, Westafrika. Da wir tanzen, ganz viele Afrikanische Tanz. Und ab 13. Januar fängt ein neues Tanzmodel an. Afrikanische Tanz. Also, Afrikanische Tanz ist ein traditionelles Tanzstil auf Afrika. Und das ist ein Mix auf dem Westafrika und Nordafrika. Ganz verschiedene Stile. Balanta, Dunumba, Sabar. Und viel Spaß garantiert. Ich freue mich mit euch zu tanzen. Ich hoffe, ich sehe euch bald. Ja, nice.